Ich bin Anita Farke und spreche den Exoda-Blog-Podcast für dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. How to use your Apple Watch with Apple Fitness Plus. So nutzen Sie Ihre Apple Watch mit Apple Fitness Plus. So nutzen Sie Ihre Apple Watch mit Apple Fitness Plus. Datum der Veröffentlichung 30.03.2024 von Anita Farke. Die Apple Watch hat sich längst zu weit mehr als nur einem modischen Accessoire entwickelt. Gerade im Bereich der Gesundheits- und Fitnessförderung bietet die smarte Uhr zahlreiche Funktionen. Eine besonders spannende Ergänzung in diesem Bereich stellt der Service Apple Fitness Plus dar. Was ist Apple Fitness Plus? Apple Fitness Plus ist ein Abonnementservice von Apple, der speziell auf die Apple Watch ausgerichtet ist. Der Service bietet eine umfangreiche Palette an Workouts unterschiedlicher Kategorien, wie zum Beispiel Yoga, Tanz, Laufen, Radfahren, Krafttraining und viele mehr. Begleitet werden die Workouts von professionellen Trainern und Trainerinnen, welche die Übungen vorführen und anleiten. So verbinden Sie Ihre Apple Watch mit Apple Fitness Plus. Um Apple Fitness Plus nutzen zu können, benötigen Sie iOS 14.3 oder WatchOS 7.2 oder neuer und eine Apple Watch Series 3 oder neuer. Nachdem Sie Ihren Dienst abonniert haben, öffnen Sie die Fitness-App auf Ihrem iPhone. Dort sollte ein neuer Reiter mit dem Titel Fitness Plus erscheinen. Sobald Sie darauf tippen, werden Sie aufgefordert, Ihre Apple Watch zu verbinden. Sie können nun ein Workout auswählen und direkt loslegen. Die Daten Ihrer Apple Watch, wie Herzfrequenz und verbrannte Kalorien, werden synchronisiert und in Echtzeit auf Ihrem Bildschirm angezeigt. Besondere Features von Apple Fitness Plus Eines der besonderen Merkmale von Apple Fitness Plus ist die enge Integration mit der Apple Watch. Während eines Workouts können Nutzerinnen und Nutzer die Messdaten Ihrer Uhr, wie Herzfrequenz, Trainingsringe und verbrannte Kalorien, direkt auf dem Bildschirm Ihres iPhones, iPads oder Apple TVs sehen. Dieser einzigartige Dual-Screen-Ansatz ermöglicht ein nahtloses und immersives Trainingserlebnis. Apple Fitness Plus passt sich zudem individuell an das Fitnesslevel seiner Nutzerinnen und Nutzer an. Neueinsteiger erhalten Vorschläge für Workouts, die sie dabei unterstützen, Fitnessroutine aufzubauen. Fortgeschrittene Nutzer bekommen hingegen Anregungen für anspruchsvollere Sessions. Fazit Die Kombination aus Apple Watch und Apple Fitness Plus bietet ein umfassendes und personalisiertes Fitnesserlebnis. Mit einer vielfältigen Auswahl an Trainingsvideos und der Möglichkeit, eigene Gesundheitsdaten in Echtzeit zu überwachen, hebt Apple Fitness Plus das Training zu Hause oder unterwegs auf ein neues Level. Es ermöglicht nicht nur eine gesundheitsbewusste Lebensweise, sondern macht Fitness auch Spaß und motivierend. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Die Kombination aus Apple Watch und 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 die Kombination aus Apple Watch.